Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Yo Minecraft. Ja, von euch wurde es sich ja mal wieder gewünscht, dass ich euch ein paar meiner alten Projekte und Videos zeige. Und aus meinen Tiefen der Schubladen habe ich das hier hervorgegraben. Ein Minigame, was ich früher mal gebaut habe, das sich Catch the Pig nennt. Ihr seht aber auch, dass dieses Video heute Sponsor habt, denn ich habe euch noch ein paar andere alte Sachen mitgebracht. Und zwar auch eine Real Life Sache. Kommen wir aber gleich zu. Erstmal Catch the Pig. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Idee, die ich mal hatte von einem echten Spiel aus dem Leben. Und darum geht es auch heute in diesem Video. Heute geht es ein bisschen um Real Life Bezug. Und zwar gab es damals ein kleines Plastikspielzeug. Das war so eine kleine Glaskuppel. In der Glaskuppel waren ganz viele kleine bunte Bälle und dann waren da so zwei Schweineköpfchen. Und die konnte man den Mund von den Aufen zumachen. Und die mussten dann versuchen, so diese kleinen Kugeln, die da drin waren, zu catchen. Und das Ganze habe ich dann hier auf Minecraft versucht anzuwenden. Allerdings dann natürlich die Kugeln zu Schweinen gemacht. Und das Fangen mit Minecarts realisiert. Das heißt, quasi ein Schwein wird gefangen und eine Fackel geht an. Sieht jetzt super einfach aus. Nur das Problem ist, damals zu dieser Redstone-Zeit, wo es keine Komparatoren gab, wo es nicht die Möglichkeit gab, mit einem Dispender Minecarts einfach auf eine Schiene zu setzen. Und wo, naja, auch Redstone ziemlich weit zurück noch war zu dem, was es heute ist. Ja, war das alles nicht so einfach, wie ihr seht. Es gab noch nicht mal Command-Block hier. Das heißt, es musste alles quasi Vanilla Minecraft gemacht werden. Und ihr seht, es funktioniert. Und die Idee war, dass man bei diesem Spiel dann gegeneinander spielen kann. Jetzt werdet ihr fragen, ja, wo kommen die Schweine her? Ja, Schweinespawner. Das gab es damals noch. Also man konnte sich sogar einen Schweinespawner gerade mal so eben ercheaten. Das war es aber auch schon so. Und ihr seht schon das Spielkonzept. Relativ gut hier in diesem wirklich toll gemachten Video gezeigt. Das ist beispielsweise das Vorführungsvideo. Es dauert 20 Minuten. Ich gebe euch jetzt nur einen ganz kurzen Teil aus diesem Vorführungsvideo. Naja. Und wenn man dann gewonnen hatte, also quasi noch ein weiteres Schwein eingesammelt hat. Mal gucken, ob der es schafft. Ja, er schafft es. Dann seht ihr, geht die letzte Fackel dort an. Juhu. Beim Leaderboard. Und man kriegt ein bisschen Experience und eine Lampe geht an. Das Ganze liegt schon wirklich viele, viele Jahre zurück, ihr Lieben. Und wenn wir jetzt mal in die Technik da reingucken, dann sehen wir zwei Sachen. Und zwar, genau, erstmal hier schön die Experience zeigen. So, genau. Ja, wir gehen den Weg natürlich noch zu Ende. Ihr seht schon, YouTuber in Fleisch und Blut. Er weiß, wie man ein Video strecken kann. So. Können wir jetzt die Technik sehen? Ah ja, Bilder. Oh, wenn ihr mal, guck mal, Kühlschrank so habe ich integriert, wie verrückt. Wenn ihr euch mal da genauer anguckt, seht ihr, dass ganz viele Bilder sind. Eine beliebte Frage ist mal, Joe, was hast du eigentlich gegen Bilder? Gar nichts. Aber hinter den Bildern ist oftmals was versteckt. Deshalb gehören sie abgerissen. So, hier, perfektes Englisch. Behind the Scene. Scene groß geschrieben, meine Damen und Herren. Das, äh, ja, herrlich. Super, ne? Ich meine, früher war ich auch mal jung. Ein Redstone-Counter. Genau, das ist ein Ding, von dem können die Bedrock-Spieler von euch ein Lied singen. Denn das ist ein richtig geiles Redstone-Fiech, was bis heute nicht in der Bedrock-Version funktioniert. Äh, my bad. Aber in Java funktionierte es schon damals. Ihr seht, schon damals habe ich auf diese altmodische Art und Weise Sachen gezählt. Und wenn ihr meine Redstone-Builds verfolgt werdet, merkt, dass ich dieses Ding heutzutage immer noch schrecklich gerne nutze. Weil sich diese Anlage so einfach und unkompliziert resetten lässt. Es ist ein schönes Ding. So, ihr seht die ganze Minecraft-Technik hier. Das war auch echt Spaß, die zu bauen. Ihr seht hier den analogen Dispenser mit den Minecrafts übereinander. Und ihr seht hier ein Pick-Killer. Ja, irgendwie mussten die Picks ja aus dem Minecraft wieder rausgebracht werden. Hier diese Ausstiegsschienen, vergesst es, die gab's nicht. Die einzige Möglichkeit war, das Schwein quasi, solange es im Minecraft drin ist, zu erdrücken quasi. Das war die einzige Möglichkeit, um es loszuwerden. Ansonsten wäre ja schon quasi in der nächsten Runde dort ein Schwein, wo weiter ein Schwein drin sitzt, in einem Minecraft. Ja, seltsam. Also ihr seht, das hat diese Maschine super gut hingekriegt. Also, ziemlich nice Sache. So, aber wie ich euch ja gerade schon gesagt habe, habe ich noch was weiteres für euch. Und zwar aus dem Real Life. Denn ein ganz großes Dankeschön geht ja da an Capri Sun, die das heutige Video auch sponsoren. Ich habe damals ein U-Boot gebaut. Das ist wirklich etwas, was ich meiner Kindheit mal mit einer Capri Sun-Pouch gebaut habe. Und ich habe für euch einmal hier die Bastelanleitung, falls ihr es selber bauen möchtet. Wenn ihr selbst ein Capri Sun-Urboot bauen möchtet, ist das ganz einfach. Ihr braucht dafür erstmal einen Stein aus dem Garten, einen kleinen Stein. Ihr braucht einen kleinen Schlauch dafür und ein Stückchen Tesafilm. Und natürlich eine Capri Sun. Allerdings eine leere Capri Sun. Das heißt, bevor der Spaß hier beginnt, gibt es jetzt erstmal Trinkspaß. Also Josef, guten Durst. So. Und jetzt mit der leeren Capri Sun ist das alles viel einfacher. Wir craften die Items nun hier in Real Life zusammen und dabei herauskommen soll ein kleines U-Boot. Wir drehen die Capri Sun dazu um. Haben ja hier die Halterung für den Strohhalm. Die wird jetzt zum Halterung für den Stein einfach quasi drüber falten und mit einem Stück Tesafilm fixieren. Relativ einfach. Ich könnte das genauso machen, wie ich es hier demonstriere. Einen Stein könnt ihr einfach irgendwo aus dem Garten nehmen. Meistens vielleicht, wenn man ein Kieselbett hat oder sowas in die Richtung hat. Geht alles mögliche. So. Und jetzt müsst ihr nur noch an den Strohhalm den Schlauch dran machen. Was das für ein Schlauch ist, ist relativ egal. Ich empfehle einen kleinen Schlauch. Ich hatte hier noch einen vom Aquarium über. Manchmal gibt es aber auch so Spielzeug, wo man den drin hat. Oder wenn ihr zum Beispiel irgendwo jemand kennt, der so einen Schlauch hat, die sind relativ leicht zu finden. Ansonsten kriegt man die auch fast in jedem Baumarkt oder sonstig. Das Ganze einmal dran kleben. Ich empfehle das Ganze doppelt nochmal abzusichern, dass da definitiv das Ganze auch luftdicht ist. Denn Luft ist hierbei ein ganz, ganz besonderes Stichwort. Mit diesem Schlauch, nämlich jetzt am Strohhalm, der in der Capri Sun Packung drin ist, können wir diese aufpusten, wie ihr gerade seht. Und wir können natürlich auch die Luft wieder heraussaugen. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Gefäß mit Wasser. Das kann vielleicht ein kleiner Planschbeckenpool sein, was auch immer ihr da habt. Wenn wir jetzt die Capri Sun reinlegen, seht ihr, schwimmt die auf dem Wasser. Aber wenn ich jetzt die Luft raussauge, dann taucht sie ab, wie ein echtes U-Boot. Und wenn ich jetzt quasi da wieder Luft reingebe, dann taucht sie auf. Und das ist genau das gleiche Phänomen, was auch in einem U-Boot genutzt wird, damit es schwimmen kann oder tauchen kann. Einfach, aber cool, oder Leute? Da habt ihr ein U-Boot gecraftet. Zurück wieder zu Minecraft. Denn eine besondere und wirklich krasse Sache habe ich mir noch für den Schluss dieses Videos aufgespart. Und zwar ein Bahnhof. Deshalb werde ich jetzt auch mit meinem Kommentieren hier aufhören und lasse es euch einfach mal genießen, dieses Video. Indem ich den Bahnhof vorstelle oder zumindest einen Bahnhof vorgestelle, den ich mal gebaut habe. Den gibt es leider nicht so zum Downloaden, weil auch da die Welt leider nicht mehr da ist. Aber das, was ihr jetzt hier seht, ist mein Meisterwerk tatsächlich. Ich habe wirklich wochenlang an diesem einen Bahnhof gesessen. Keine Command-Blöcke, keine Techniken, wie wir sie heute haben. Also zum Beispiel keine Dispender, wo man Züge spendieren kann, Trichter und das alles gab es zu der Zeit nicht. Was ihr hier seht, ist ein unheimlich aufwendiger Bahnhof, bei dem man Richtungen auswählen kann, in welche Richtung man den verlassen kann. Der Anti-Grief-Systeme hat, sodass man quasi erkennt, ob ein Zug von einem Spieler absichtlich abgebaut worden ist oder nicht. Und noch viele, viele kleine Spielereien hat. Das heißt, wenn es euch interessiert, Leute, gönnt euch das Ganze und nun viel Spaß. Ich, der TheJoCraft von 2021, ich bin an dieser Stelle raus und wünsche euch noch viel Spaß mit Nostalgie pur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020